Hallo zusammen und willkommen zum Sky-Boss-Event mit dem Castrofter. Hallo. Und wer jetzt sich fragt, was für ein Boss-Event, wir machen, glaube ich, alle paar Wochen ein Boss-Event und wenn wir die Bosse schlagen, gibt es neue Modifikationen dazu. Und Castrofter hat schon mal was vorbereitet. Warte, ich drücke mal. Ja, boah, perfekt, die richtigen Knöpfe gedrückt. Und zwar eine Ausrüstung für mich, ein paar goldene Äpfel, was zu essen und für die Needle Gun ein bisschen Ammo. Und nicht zu vergessen, die Needle Gun selbst. Natürlich. So, warte mal, ich zieh die mal eben an. Ich glaube, mein Schwert nehme ich aber doch noch mit. Und jetzt würde ich sagen, wir gehen einfach mal aufs Dach und warten auf den Start. Oh yeah. So, in knapp 50 Sekunden geht das Event los. Ihr seht schon, es sind überall Ender-Crystals. Gleich werden ein paar Ender-Drachen gespawnt. Ich glaube, so um die 20 Stück. Also ich weiß nicht ganz genau, wie viele. Und wir müssen im Grunde die Ender-Crystals vernichten und dann die Drachen. Und falls wir das innerhalb von einer halben Stunde geschafft haben, ist quasi die Aufgabe erfüllt. Und wir bekommen eine neue Modifikation zum Mod-Pack. Yeah. Und die Wirbelsturm-Mod ist sehr geil. Die hatten wir schon 2014 drin, nicht wahr, Heiko? Ja. Oh. Oh. Mega lecker abgerade. Ja, ich gerade auch. Boah, ich bin da echt mal gespannt. Boah, der ist aber relativ laut, der Wirbelsturm. Ich hoffe, ich... Ich hoffe, ich... Ich hoffe, ich höre dich auf die Blöcke. Also... Ich hoffe, dich hört, Mann. Nee, ich muss leiser machen. Okay, warte mal. Ach, schau's. Oh Gott. Wir haben uns gerade auch noch ein bisschen TNT... Oh, fünf Sekunden, Peter. Oh nein, ich sehe nichts mehr. Achtung, Achtung. Boah, sieben. Oh mein Gott. Okay, warte. Zuerst wollen wir unseren Crystal zerstören, oder? Ja. Oh, da kommen viele Drachen an. Erst mal Muni reinlegen. Gut. Oh, wie machen wir das? Alter. What the fuck? Alter, schweig. Warte, wir wollen wir ganz kurz leise machen. Alter. Panik. Holy shit. Okay, wir haben auch zehn Prozent. Okay, der liegt automatisch nah. Schon mal gut. Boah, ist das laut. Muni, hast du den platt gemacht? Da hinten ist noch einer. Unseren Crystal schon, ja. Okay, wo? Nee, schon weg. Okay. Der Insel da hinten. So, prüfen wir nochmal, wo noch mehr sind. Oh, die sind aber schnell kaputt gegangen, die Menschen hier. Warte, ich erst mal ganz kurz was. Ich gucke gerade, wo hier noch Crystal sind. Dann müssen die auch irgendwie... Ja, du kannst drauf achten, wo die Strahlen sind. Unter... Weißweiß ist auf jeden Fall einer. Okay. Ja, dann lass mal aus dem Haus rausgehen. Ja, genau. Alter, das ganze Haus wird zerfickt. Ja. Also, unser Haus war echt am krassesten von allen. Wow. Oh, meine Kiste ist kaputt. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was war das denn? Ich wurde weggeschlagen. Ich auch. Oh, ich habe alles verloren. Echt? Ja. Oh, das lag so heftig bei uns. Ja, bei mir gerade auch. Weil die ganzen Sachen weg sind. Ach, du Scheiße. Ender Drachen. Ah, da steht sogar. Ender Drachen 10. Hier drunter ist auf jeden Fall noch irgendwo ein Crystal. Der muss erst weg, sonst bringt das nichts mit den Drachen. Alter. Hi. Hi. Also, ich gehe mal ganz kurz hier runter. Du hast überlebt, ne? Ja, noch schon. Noch schon. Okay. Pickaxe wäre ganz geil gewesen eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Der ist bestimmt in uns auch mal Vater, der Crystal. Warte mal. Na ja, an die Pickaxe wäre ich leider nicht mehr dran. Ärgerlich. Ich hole mal wieder neue Rüstung. Zum Glück haben wir die Gizdy, ey. Aber ich glaube, der Crystal ist weg. Warte mal. Weil, wie gesagt, auf die Drachen gehen lohnt sich nicht, wenn die Dinger noch regenerieren. Ja. Gehen sich ja mal wieder hoch dann. Okay, Alter. Ach du Scheiße. Ich bin ja wieder draußen. Ich gucke gerade noch. Also, gerade geht eigentlich, ne? Ich sehe keinen mehr, die fliegen gerade nur noch in der Mitte rum hier, die Drachen. Ja, ich glaube, Crystal sind alle down, ne? So wie es aussieht. Ja. Okay. Dann fokussieren wir die Drachen. Oh, was ist das? Ich war ganz einer in der Mitte. Bist du in der Mitte mit mir? Ja. Hier bin ich. Neben dir. Ich wollte gerade sagen, wir kriegen dir keinen Schaden, aber wir kriegen... Oh, da hinten ist noch ein Ender Crystal. Wo? Auf Banks, ne? Ja, genau. Auf Banks Insel. Ich glaube, hier bei Hauptnah und so ist es ganz gut, weil die haben eine relativ große Fläche, wo man sich bewegen kann. Ja. Wow, Alter. Weckgeflogen? Nee. Vorsicht, Vorsicht. Ich gucke nach oben, gucke nach unten, da ist auf einmal ein riesiges Loch da. Ja, da ist gerade ein Reitrang. Wow. Wow, ich bin... Oh mein Gott. Oh, ein halbes Herz, halbes Herz. Ich bin einfach im Block festgebackt, ey, zum Glück. Alter. Ich bin unten auf der PvP-Insel. Weckern zu viele Endermänner. Ich komme nicht mehr rüber. Ich sitze hier fest jetzt. Okay, wenn wir das Event nicht schaffen, kriegen wir halt keine Modifikation dazu. Also die TNT kann ich glaube ich nicht so gut verwenden. Die ficken sowieso gerade alle in der Map. Eben. Wow, fast runtergefallen wieder. Hier liegt ein Bogen rum und ganz viele Pfeile. Ach du Scheiße. Ich bin vielleicht wieder oben. Ich bin wieder rüber, aber ich komme nicht rüber. Habe ich Blöcke? Ja. Wie schießt man denn mit dieser Waffe? Der Niligun? Ja. Einfach rechts legt. Aber du musst Munition reinlegen. Hast du was hier drin? Der hatte ich gerade, aber jetzt irgendwie nicht mehr, glaube ich. Der legt dich normalerweise automatisch nach. Seid ihr, du hast keine mehr im Inventar, dann nicht. Ne, ich habe 1,20. Ah, jetzt hat er die liegen. Okay. Stimmt, jetzt geht es. Sauber. Der war ein geiler Hit ey. Warte, wir müssen nur gucken, dass die hier nicht wieder landen. Ja. Normalerweise müsste jeder in eine Richtung gucken. Ich habe mal viele Items bei uns in der Butze liegen ey. Ja, warum haben die nur so viele Items? Guck mal, die laufen gerade hier rum. Ah, okay. Noch bis zum. Warte, wenn wir quasi in die Mitte frei halten, so wie wir das gerade machen. Ja. Das ist nicht geil, ne? Sobald hier auf uns fliegen, drauf schießen. Ach. Da ist noch einer. Oh, da kommt einer. Oh. Hauptmann gerettet. Boah. Hier von irgendjemand gerade Damage bekommen. In dem Spieler. Kannst du nicht mehr essen? Oh, nein. Ich brauche Essen ey. Oh, der war knapp. Oh mein Gott. Uncool, Drache. Von wo? Alter. Da, okay, warte. Crystal sind down. So wie haben wir auch schon geschickt, Mann. Hä? Ich hätte mir noch einen Power 5 Bogen machen sollen eigentlich. Das wäre noch geil. Ach du Scheiße. Mann, mein Schuss ist aufgestürzt. Echt, Leute? Ja. Aber hier ist gerade jemand gestorben. Da kommt einer. Oh ja, sehr gut. Warum kann denn nicht mal einer von hinten decken? Das ist heftig ey. Aber ich finde es geil. Also das ist wirklich Teamwork für mich gar nicht. Ja, eigentlich schon, genau. Ich finde nur blöd, dass es dunkel wird. Das ist aber blöd, dass die einen immer vor der... Oh mein Gott. Vor dem Bogen rumspringen, weißt du? Ja. Hätten wir so eine Obsidian-Plattform geworden sein. Stimmt. Hier ist immer noch ein Kristall. Ja, geil wäre mal, wenn er sagen würde, wo. Ehrlich? Oh Gott. Ich glaube, hier spawnen jetzt keine Mobs. Eine Mop von Magenkart, wer jung ist. Oh scheiße. Dann sind wir gleich down auf jeden Fall. Ja, sehr gut, Basti zockt. Das ist jetzt nicht sein Ernst, oder? Was denn? Wenn der Weg nicht das Ding da zündet. Das TNT-Turm hat er sich gebaut. Oh. Ja, Spitze. Das ist doch scheiße. Aber da kommt man wieder drauf, hoffentlich. Tu mal. Yes. Ich gehe mal zur Sturmwaffe, glaube ich. Oh Gott. Wo bin ich denn gespawnt? Wo denn? In der Arena unten. Immerhin. Ja. Oh Mann, ey. Geil, dass man so viel sieht. Die Drachen sind so mega dunkel. Oh Mann. Hit the ground too hard. Frag mich, wie man das macht. Boah, lai, ey. War slain by Ender Dragon. Von uns im Haus steht ja gar nichts mehr. Nee, ist auch nicht. Die Drachen fliegen da so durch, als wäre es Butter. Alter. Helft dich. Als wäre es Butter, Harko. Ja. Guck mal, die Leute laufen gerade bei uns hier rum und suchen nach Ausrüstung. Okay, ich bin gerade auf so einem Megaturm. Also ich glaube, alleine wäre besser. Dann würden die Drachen mich fokussieren. Ja, das stimmt. Das ist echt schwer. Können wenden die Sterne und wenden dann gleich alle auf einmal. Oh, durchmessen. Alter. Das hat Max ja gerade mal einen Crossbow gefunden, aber hat keine Schüsse dazu. Ach, keine Muni drin? Nee. Okay. Okay, nachladen dauert halt ein bisschen bei der Needle Gun. Lücke? Was ist das denn bei Ender Dragon? Schieß doch, Mann! Ach, jetzt. Wir brauchen irgendwie wieder Pfeile oder sowas, ey. Ist halt nur blöd, dass wir quasi die ganze Map wieder aufholen müssen, aber so ist das halt bei... Na, Quatsch. Das ist übrigens ein Backup-Server nur so zur Info und nicht, dass er jetzt denkt so, Oh nein, alles ist kaputt. Ja. Na, zum Glück nicht. Ey, das ist echt schwer. Warte, ich geh mal da rüber. Also, das Schwert ist echt Gold wert. Warte. Ich versuch gerade wieder in die Mitte zu kommen, aber in der Mitte ist halt... Wo bist du denn gerade? Bei Hauptner auf dem Dach. Hauptner? Oh nein, ja, da komm ich niemals hin. Ja, da brauchst du auch, glaube ich, hier... Wie heißt das? Oh ja, getroffen, Mann! Ein Sprungschwert brauchst du dafür auf jeden Fall. Ich hab gerade eins, aber... Wie ich da hinkommen? Ja, gut, ich sag mal so, wenn du jetzt keine Schusswaffen hast, dann macht es hier auf dem Dach auch nicht so viel Säden. Ich würd mich nicht fragen. Oh mein Gott! Untergefallen? Naja, so ein Drach hat mich gecatcht. Oh. Da stehen rechts zehn Enderdrachen, die müssen tot sein. Obwohl, einer ist gleich down. Ja, die sind alle so Hälfter, wie du gesagt hast, ne? Ja, einer ist so bei 30 Prozent, doch noch weniger. Aber ich... Ah, jetzt hab ich mal getroffen. Ah, ich treff mal wieder einen. Oh, jetzt hab ich aber gegeben. Ja, sogar ein Headshot. Fünf Treffer in Folge fast. Also vier. Okay. Einer ist jetzt wirklich mal zehn Prozent oder so. Boah, dann können wir die Level behalten. Wär geil, ne? Komm, Needle Gun nochmal am Start. Die hat ein bisschen mehr Reichweite, glaube ich. Aber ich seh, ich seh auch nicht, ob ich damit schieße. Ah doch, ich glaub schon. Ah doch, geht auf jeden Fall. Ah, die macht solche Geräusche. Geil. Wenn man die Enderdrachen nicht hört, dann hört man sogar die Niedel dran arbeiten. Oh, hier ist einer, Leute. Ach, du Scheiße. Wir sind ja alle die ganze Zeit auf einer Insel. Wenn die Leute wieder respawnen können. Ja. Und wenn nicht, dann, ähm, dann kommt auf einmal ein Enderdrachen und fickt alle. Oh, Leute. Okay, warte. Den haben wir. Oh, Palum baut sich gerade hoch. Wir sind in unserer TNT-Fahrer oder in unserer TNT-Produktion. Oh Gott. Lol, Easyboot richtig weggeschleudert. Krass. Mal gucken, dass hier nicht hinter einer auf einmal ein Drache ist. Oh, lol. Oh, das sah gut aus. Was war? Hier waren so fünf Leute oder so bei uns unten in der TNT-Produktion. Ja. Und dann kommt so ein Enderdrache und fickt die alle weg. Jetzt wissen die alle, dass die da ist. Oh, guck mal, einer hat nur ein rein Prozent. Der ist hier bei mir in der Insel gerade gewesen. In der Mitte. Boah, jetzt einer ist da unten. Hätte ich? Ja, hört man. Geil. Weißt du nicht, welcher das ist? Drachenei! Aber hier ist, also hier ist echt gar nichts mehr was an Equip oder so. Oh, ich hab einen. Boah, ich hab einen Equip. Geil. Okay, da hinten ist der Nächste. Scheiße. Ich glaub, wir schaffen's, hätt ich nicht gedacht. Obwohl. Obwohl noch. Oh, da kommt ein Drache. Wieder da rüber irgendwie. Ich hab immer Angst, dass ich aussehen, dass er einen trifft. Ich mein, gerade klar, wenn die vor einem rumspringen, dass man dann irgendwann zwischendurch... Ja, sauber. Dass man zwischendurch antrifft, ist ganz normal, glaub ich. Ja, klar. Alter, wie der sich die ganze Zeit im Kreis gedreht hat, da. Bist du immer noch auf der Insel von den Buddys? Ja. Okay. Gerade einen relativ safen Stand eigentlich. Sauber, voll get... Oh! Nicht runterfallen, Peter. Alter, bin ich hoch, bin ich hoch, bin ich hoch, bin ich hoch. Nein! Nee! Du bist gespawnt. Oh, ich war so gut eigentlich. Oh, ich bin da. Ah, nice. Hi. Boah, Mann. Hast du das gesehen? Ja, aber man kommt hier nirgends nochmal hin, ne? Ja, man muss halt irgendwie auf eine Insel kommen, wo Blöcke sind. Hier, genau, da drüben. Das war unsere Insel immer. Und dann kannst du zu uns. Und da waren vorne auch mehrere Blöcke wieder. Oh, Pickaxe von mir. Geil! Ja, die hab ich gerade verloren. Ah! Nein! Oh, Mann. Oh, Pickaxe von mir. Oh, Tote. Da hinten ist meine Quip. Da komm ich nie hin. Wo bist du? Nö, oben. Und noch einer down. Boah, jetzt kommt der wieder und hat mich. Ach, Mann. Deine Gompostex, woher haben die dann die Blöcke eigentlich? Sechs Stück nur noch. Da ist Wasser, warte mal. Bam! Ja, weißt du, von unserem Haus wieder aber nichts mehr, ne? Ja, ich sehe schon. Gut, dass man in der Mitte wohnt. Damn. Wollen wir nicht hochschwimmen? Ja, hab ich auch versucht. Das brauche ich gerade in der Rebel Up mit, 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 mit. Das hat schon langsam, wenn wir da hochkommen. Na? Boah, das war knapp. Fünf, sechs, sieben, acht, neun. Ja, ich bin oben. Fast. Wo bin ich denn? Was war? Ich bin hier in den Wasserfall gesprungen, Skate wollte auch und ist runtergefallen. Das hat er sich nicht geschafft. Okay, warte, da oben ist Nordado, Benni. Noch einer down, fünf Stück nur noch. Wo ist das Haus von den Hauptnass? Wo ist Hauptnass Haus? Siehst du mich gerade? Ufälligerweise? Ja, du bist in der Mitte, ne? Ja, in der Mitte oben. Ich bin hier gerade den Wasserfall hoch. Boah, lauf, bitte lauf! Kann man Kartoffeln roh essen, ja, ne? Ich bin hier gerade bei Zinus. Ach, warte mal, ich sehe das Haus von den Hauptnass. Zinus. Die heißen so mit Nachnass. Die Hauptnass. Von den Hauptnass. Aber wenn ich hier in das Haus komme, wo dieser geile Creeper steht, bitte nicht springen. Oh Gott. Bitte lass meine Sachen da liegen, bitte. Warte, ich bin hier. The Equipment. Und noch einer down. Drei Stück nur noch. Drei Stück nur noch. Oh, wir hätten eine Endertruhe irgendwo hinmachen sollen. Das wäre perfekt gewesen. Kann man die nicht zerstören? Endertruhen? Oh, ich habe die Sachen vom Endertruhen genommen. Oh. Oh, zwei noch, Mann. Okay, ich glaube... Wie geht die denn alle? Die, schon hier, Mondado und Benni und sowas, ne? Ja, genau, die sind halt nur oben drauf. Ich wurde leider ziemlich hoch in die Luft geschleudert. Ich sehe es gerade da drüben. So, Server neu gestartet. Und ist der andere Drache da? Weil wir haben gerade einen Bug gehabt mit dem Drache auf jeden Fall. Da ist er noch nicht. Komm zu uns, Peter. Verteiligungsinsel. Ich sehe nichts. Boss Event, Teil 2. Der letzte Endertrache. Das war out of the world. Ich habe einfach nichts. Was hat Sarge Max denn gefunden, lol? Wie er Sarge Max einfach so eine blaue Rüstung gefunden hat. Was ist das denn? Vielleicht nur so eine Mana-Kutte oder so. Ja, bestimmt. Guck mal, Mondado da oben. Naja, lol. Das sind die Tinkers-Dinge halt, ne? Die Tinkers und, äh, und hier Ding. Botania. Ja, genau. Wir sind nicht, die Events sind wir besser vorbereitet. Machen wir auch noch Botania bis zum Ende. Woher ich in der Lumber-Ex würde ich dieses Holz-Konstrukt wegbauen. Oh, da kommt er. Ja, wir haben es geschafft. Das ist er down. G, 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 G. Mein XP. Ihr habt es geschafft. Was, nice. Hätte ich am Anfang ehrlich gesagt nicht geglaubt. Nee, ich auch nicht. So ganz am Anfang. Wenn man dann denkt, okay, man hat noch 30 Minuten oder so, ne? Ja, und dann dachte ich so, ah, hier ist eine geile Stelle, hier sterbe ich nicht. Und dann fliege ich aber immer nach oben, 100 Meter. Ja, so war es bei mir leider auch. Dann war es natürlich nicht so gut. Ja, geil. Aber war schon ein geiles Event eigentlich, ne? Ja, eigentlich schon. Schon gut gemacht. So, ich bin jetzt hier gerade. Lol, wie hinten die Insel einfach noch so gut wie komplett ist. Welche? Wer auch immer hier wohnt. Ich glaube bei Zombie und so. Ja, da waren die halt kaum, ne? Die sind auch am weitesten ab von Schuss eigentlich. Ja, stimmt. Normalerweise sind die nur da, wo auch die Spieler sind. Aber ist ja nicht schlecht. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Alles weitere in der Videobeschreibung, alle Teilnehmer. Und jetzt bekommen wir zwei Modifikationen, beziehungsweise eine dazu. Und dann können wir uns wieder austoben in unser Haus. Auf jeden Fall, bis dann. Tschüss. Tschüss.